The Summer of Lost Letters von Hannah Reynolds. Sie ist tatsächlich ein Stapel alter Briefe. Diese Briefe sind von einem E unterschrieben und spielen auf Nantucket. Und sie weiß erst gar nicht, wie sie diese Briefe zu ihrer Großmutter, wie sie diese beiden Sachen miteinander vereinen soll. Denn ihre Großmutter hat niemals von einem E, der sich nachher als Edward rausstellt, und vor allem hat sie nie von einer Zeit auf Nantucket gesprochen. Sie weiß gar nichts darüber. Das Einzige, was sie eigentlich wirklich weiß, ist, dass ihre Großmutter, als sie ein vierjähriges kleines Mädchen war, aus Deutschland in die Staaten emigrierte, im Zuge des Zweiten Weltkrieges der Judenverfolgung. Mehr weiß sie nicht. Ob sie noch weitere lebende Verwandte eventuell sogar in Deutschland hat, weiß sie nicht. Was auf Nantucket sich abgespielt hat, weiß sie auch nicht. Das will sie jetzt ändern. Sie nimmt einen Sommerjob an auf Nantucket in einer Buchhandlung, möchte sie den Sommer jobben und kann dort, glaubt sie, den Spuren ihrer Großmuttervergangenheit nachkommen. Unglaublich spannend zu lesen. Ich habe aus diesem Buch so viel gelernt. Ich finde, das Cover verspricht nicht das, was das Buch wirklich beinhaltet. Und lest dieses Buch. Es ist so spannend.